So, dann wollen wir mal weitermachen. Machen wir das One-Up aus. One-Up-Aus. Ähm, ja. Ja, das konnte ich sehr gut. Das ist das erste One-Up-Aus, was wir hier machen. Und wir gehen erst mal rein, ne? Ja, starten wir so. So, oh, oh, oh. Ich muss erst mal gucken, welche Kanone am besten ist. Eigentlich ganz außen, ne? So, jetzt versuchen wir mal, den perfekten Moment zu treffen. Vielleicht schaffen wir alle sechs. Na, vier. Ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Vier, die werden wir auch brauchen, denke ich mal. Also, ist es nicht so schlecht, würde ich mal sagen. So, ähm, ja, rennen wir jetzt in welch... Was fahren denn da nochmal? Ach ja, da brauchen wir Propeller. Da, da, Mama und Pilz. Und wir groß sind. Da gibt's auch ein Secret Exit, den ihr auch da... Seht ihr auch wahrscheinlich diese blau... Äh, diese grüne Röhre da. Also, hat's einen gewissen Sinn. Und hier gibt's auch dieses... Diesen Wind da. Und hier können wir auch ein bisschen Münzen fahren. So. Schnell holen. Den Propeller müssen wir am Ende behalten, weil ich werde wahrscheinlich eher das... Weil eher eine Sitz für die Stritte Starcoin, da brauchen wir einen Propeller-Head. Da gibt's ja nicht sowas wie, dass wir unendlich fliegen können. Gibt's ja bei NSM, Wii U. Der Spielbesitz selbst nicht. Ich hab ja noch kein Wii U, werd ich mal irgendwann holen. Mal gucken, wann wir es holen. Aber es... Wenn ich es habe, werd ich es auch jetzt playen. Also, so ist... Ist schon mal logisch. Oh, das war knapp. Oh ja, stimmt. Und da gibt's dann eine Röhre. Das war jetzt nicht Zufall. Das wollte ich eigentlich gar nicht jetzt betätigen. Aber okay. Betätigen wir's jetzt. Und ja. Jetzt denkt man sich... Ach, kann man da hochgehen? Nee. Da muss man schon. Aber es macht mir irgendwie so Spaß, hier so ein bisschen Münzen zu farmen. Weil man kann man ein bisschen absfarmen, sozusagen. Und man sieht, man muss diese... Das geht nicht so einfach, wie man sieht. So, komm. Äh. Ja, ich hör nebenbei auch selber als Musik ein bisschen, weil den Ingame-Sound selbst hör ich noch ein bisschen. Und das ist... Ja, ich denke mal, nicht so schön. Deswegen hab ich mal gedacht, komm, mach mal ein bisschen Musik rein. Und dann hast du ein bisschen Pepp hier. Dann siehst du... Ja, ist ein bisschen besser, aber das hört ihr ja sowieso nicht. Also... Ist ja sozusagen mein Empfunden. So. Darum kann man sich noch einen Propeller halt holen. Ja, was wir auch gleich machen werden. Nach meinem Verlust. Ach. Jawoll. Perfekt. Jetzt warten wir einfach mal auf den Wind und dann holen wir den Propelleit wieder. Und holen uns ein paar Minuten. Aber das mit dem Kuba beherrschen wird aber auch sehr gut. Und ich bin in den Gewicht. So, komm, komm, komm. Okay. So. Weil da kommt der ja nicht raus. Zum Glück. So. Und Halbzeit geschafft. Also ich weiß, wir müssen jetzt da rein, aber wir warten wieder auf den Wind. Ich find das eigentlich sehr cool gemacht mit dem Wind eigentlich so. Wie findet ihr es so mit dem Wind? Weil es ist ja auch immer ein Abwechslung. Boah. Ich hab Glück. Ah ja. Da brauchen wir auch einen Propeller halt. Oh je. Boah. Geschafft. Da hatte ich auch manchmal so Fels gehabt, wo ich nicht perfekt gesprungen bin oder so. Weil das passiert gleich mit. Ich denke mal, wie viel dritt ist da, können lassen wir uns Zeit. Weil ihr werdet jetzt sehen, wo die ist. Warte mal, warte mal. Oder warte mal. Ah ne, da müssen wir... Wo ist es denn? Da. Nein, da oben will ich rein in die Eure. I want it. Oh, hat doch geklappt. Bisschen Tricks muss man aber egal. Amt immerhin geschafft. Da haben wir Secret Exit. Aber so auf den Weg und dann... Bam! Secret Exit. Haben wir ein bisschen gebraucht. Jetzt haben wir immer in der ersten Zeit zwei Starcoins. Wir können notfalls, wenn wir nicht schaffen, beenden. Und dann können wir jetzt nochmal neu starten, weil das können wir uns jetzt erlauben. Weil wir holen jetzt nur noch die dritte Starcoin. Und dann haben wir die Scheiße, sozusagen. Haben wir selber auch mal gepackt. Ich habe ja gesagt, wir kommen jetzt mittlerweile nicht mehr so schnell voran, wie beim ersten... Äh, in der ersten Welt. Wir kommen jetzt ein bisschen langsamer voran, würde ich mal sagen. Aber wir kommen voran, würde ich mal sagen. Okay. Würde ich auch mal sagen. So, 9,3 Schleben machen wir. Ja, okay, Game Over werden wir hoffentlich nicht schaffen. Weil bei Multiplay, das... Kriegt man schon den... Okay, mit meinem Kumpel habe ich das nicht hingekriegt, aber... Na, mit meiner Schwester, weil... Ich muss mir überdenken, die ist... Nicht so gut... Ich dachte schon, da ist sie... Da ist schon irgendein... Ja, ja, ich weiß schon, was da... Was ist... Oh, jetzt hier drüber haben wir irgendwo... Irgendwo ist die Abzertwelle... Da... Jawohl. Gesaved. So, dann ab hätte man sich gar nicht spielen können, so. So. Ich meine, ah, hier kriegen wir auch noch... Tut mir leid. Warten wir erstmal auf den Wind. Ach. So. Jetzt kommt der Wind. Nein! Verfällt! Mann. Nochmal neu. Ich muss mich gerade konzentrieren, weil die Sarkon ist nicht so einfach. Wie es aussieht. So. Was soll die Scheiße jetzt? So, jetzt hier... Sichern und das mit Münzen fahren wenigstens. Oh, wir haben 45 Leben. Super. Ich glaube, ich muss mit dem... Ich muss mit dem Flieger ein bisschen warten, oder? So. Jawohl. Perfekt. War doch nicht so schwer, wie ich dachte. Ah, ich kann es natürlich... Ich bin hier... Volles... Geh... Geh... ...lau, ja. Das bin ich. So. Sollen wir mal ihn abholen? Na ja, nicht ganz, weil... ...den anderen Koopa nicht richtig getroffen haben. Aber wir haben das Level nicht geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell schaffen. Ich hätte gedacht, wir brauchen mehrere Versuche, aber egal. Noch nicht so schlecht in diesem Spiel, wie ich dachte. Oder? Okay, ist erst die zweite Welt. Mal sehen, wie wir uns in einer Welt entstanden. In der dritten Welt... Oh, das wird schon... Wird schon knackig, würde ich mal sagen, ne? Aber ich finde generell, dass man alleine viel besser ist, als zu zweit, würde ich mal sagen. Und ja. Und jetzt haben wir zwei Level, bevor wir das machen, mit 2,5 oder... Wir machen mal 2,5. Der Ordnung halber, ja? Mal sehen, was erwarten wir uns dort. Ach, das mit ihm... Ah, nein! Das mag ich nicht. Ich kann schon mal sagen, das mag ich nicht. Okay, die... Diese komischen Dinger da, die so... ... groß sind, kann ich erstmal Yoshi holen. Das muss man so... ...kriegen wir denn da ab, oder? Ja, na... Äh, ey! Na! Ach, egal. War zwar kein Skill... Und die dritte Starcon ist miese, das kann ich nicht so sagen. Ach, komm Yoshi, ich brauch dich nicht. Nein! Hey, warum reicht mir eine Feuerblume? Fällt mir gerade ein. Oder? Ja, doch, doch, doch. Für die zweite Starcon. Nein! Hier. Oh! Ja, komm! Danke. Feuerblume. So. Brauch ich dich. Komm, Feuerblume. So. Nein! Ah, durchreißen. Tschüss. Ah, hab ich das noch gut ausgenutzt. So, komm. So, tschüss. So, tschüss. Da ist die Starcoin. Wie hört man die nochmal? Ja, das ist schwer. Warte. So, vielleicht. Jawohl. So kann man sie auch holen. Vielleicht geht's ja auch anders. Ich weiß es nicht. Ich bin halt nicht so der Pro. Wie man gemerkt hat. So, wo war nochmal die dritte Coin? Ah, ich weiß es nicht wieder. Stimmt, ja. Hier kriegt man noch einen Yoshi. Den brauche ich aber. Ist mir egal. Nein! Nein, gibt kein Filz. Hier gibt's ein Yoshi. Nein! Ne. Scheiße. Ich will mal vorschlagen, wir beenden das Level überheben. Oh. Ich werde schwer. Ah! Das machen wir jetzt am effektivsten. So, machen wir jetzt ein bisschen schlauer, ein bisschen cleverer. So, haben wir jetzt mindestens soweit geschafft. Und ja, ich denke mal den Rest jetzt werden wir jetzt schneiden, einfach bis zur dritten Coin. Weil jetzt müsst ihr den Rest jetzt nicht mehr sehen. Und dann, ja. Wenn wir uns endlich sehen, dann sehen wir uns gleich wieder. Aber obwohl, vorher seht ihr wie, wir können jetzt direkt zum Castle, aber wir machen nur noch das Level und dann, ne, aber erstmal wollen wir in die dritte Coin. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder am Ort angekommen und ja. So. Oh, das ist nicht so schwer. Den Yoshi konnte ich leider nicht mehr behalten. Aber ja, wir haben hier noch einen zweiten, den brauche ich. Komm her. So, jetzt schnell hoch, schnell hoch. Ah, das kommt mir nicht hin. Ja doch. So, weg nach hier. So, da können wir noch irgendwas, oder? Nein! Ist ja nicht so geil da drauf. Gott, das passiert! Mein Gott! Ah, mein, mein, mein. Nein! Mann! Nein! Ich brauche mich. So, jetzt noch einmal. Kann man das verkacken, ey? Beenden wir es einfach. Meine Güte. Was stellen wir uns so an? Das ist doch nicht kompliziert, Mann. Aber wir haben es geschafft. Oh!